Hallihallo, ihr Blutsauger, herzlich willkommen zurück zu Vampire. Sie wissen, dass Sie hier nicht immer noch bleiben können, nicht wahr? Sie müssen dann den Cemetery verlassen. Warum? Warum soll ich gehen? Weil es das einzige Ort ist, wo ich mich finden kann. Aber Sie sind nicht tot. Es gibt eine Unterschiede zwischen den Toten und mit ihnen. Sie sind kein Verlangen zu den Schmerzen, ich fühle. Lass uns nur sagen, ich habe auch ein guter Grund, um zu besuchen. Bitte, meine Schuld für Ihre Verlangen, dann, Dr. Reed. Sag mir, wie Ihr husband stirbt, Xiaoxun. Matthew stirbt von der Spanischen Flühe, wie viele andere. Es ist eine grundsätzliche Schmerzen dieser Zeit. Aber für mich, es bedeutet das Ende der Welt. In diesem Zeitpunkt, es gibt so wenigstens die Medikation zu tun, um diese Schmerzen zu verhindern. Ich bin wirklich entschuldigt. Die schlimmste Sache ist nicht sein Tod, wenn es mich entfernt hat. Die schlimmste Sache ist nicht, dass es kommen wird. Dass es ihn so schnell gesehen hat. Dass es ihn so schnell verletzt hat, sogar bevor erinnern es. Hat er seine Verlangen von dir aus? Matthew war ein Schmerziger Typ. A happy sort. Alles, was ich nicht bin. Hat er lacht, dass er seine Todeskirchen hat? Oder hat er nicht wissen, was was passieren? Ich werde niemals wissen. Der Spanischen Flühe ist vielleicht die schlimmste Schmerz, die Menschen in der Vergangenheit hat. Warum schlägst du dich selbst? Du verstehst nicht. Ich wusste nicht, dass er so sick war. Ich wusste nicht, dass er so schwer war. Ich wusste nicht die gravität seiner Situation, bis es zu lange Zeit war. Ich wusste nicht, dass er so schwer ist. Wir sind alle sicherlich verletzt. Das Schmerzige Krankheit. Es kann nur ein paar Tage dauern. Ich habe noch nie gesagt, dass es zu Mathew war. Wir haben noch nie gedacht, wie schlimm es war. Wir haben noch nie gedacht. Wir haben noch nie gedacht. Er hat mich immer lachen. Jetzt habe ich nicht genug Tears zu shed. Ich habe meiner Freunde und Freunde, aber muss ich hier allein sein. Ein Tag vielleicht werde ich sie wieder zurück. Aber nicht jetzt. Ich braucht Jeden, und ich brauche Sädenheit. Ich fühle mich nicht gut, Dr. Reed. Ich fühle mich, 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 Dr. Reed. Hey! Was ist das? Du bist mein! Don't die zu mir! Ich will dich sehen, Sapper! Mr. Patterson! Ne? Du, dein Sohn, ne? Es war keine Absicht. Eigentlich wollte ich nur was testen. Glaubst du mir, dass es mit deinem Sohn keine Absicht war? Also... Voller Ernst, ne? Es war keine Absicht. Hä? Macht ja nichts. Klapp das Buggy. Lol. Der ist Buggy. Lel. Der war Buggy. Oh Gott, da ist ein Priester. Lol, den kann ich eigentlich gar nicht gebrauchen. Oh. Hallo? Danke. Hallo? Oh mein Gott! Hallo? Ei. Eins. Zwei. Drei. Drei. Und eine Kralle hinterher. Und schau. Wunderbar. Easy. Also denke ich mal, dass das jetzt easy war. Moin. Dankeschön. Dein Blut. Very delicious. Tschüss. Tschüss. Tschau. So, haben wir auch. Also die neue Kralle ist halt echt stark, muss ich sagen. Oh. Oh. Shit. Wie komm ich denn weiter nach dem Spums? Tschüss. Hm. So. Oh. Da ist ein Gegner. Oh no. 22. Jetzt ist er da unten. Oh, wie mein Herz ist zu robben. Tschau. Nicht mal loot, dein Ernt. Dein Ernst. Ach du. Scheiße, die Wander. Tschüss. Das war jetzt gar kein Bock. Guck. So. 3000 EP haben wir jetzt schon mal wieder. Sammeln aber noch ein bisschen weiter. Weil wir noch ein bisschen was, wir brauchen noch auf jeden Fall ein bisschen was. Das reicht auf keinen Fall. Okay. Die entfernen wir die Markierung. so. 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 hab ich ladebalken. Ich ladebalken. Boah. Was ist denn hier mit den Ladezeiten los? Was ist denn hier mit den Ladezeiten los? Shit. Boah. Toh. Wie konnte mir das auch klar sein, wenn ich sein Sohn töte, dass er sich irgendwie den Jägern anschließt. also jetzt ich glaube ich spinne so wir sehen uns und beim nächsten Mal vielen Dank fürs Zuschauen Tschüss Tschüss